Ich weiß genau, auf wen ihr wartet. Schöning, 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 Schöning! Ich glaube, das größte Sache ist, dass man da kann. Wir haben keine nicht-talenten Tänzer in der Show. Alle sind am Top des Spiels, so wie die Performer. Heute geht der Körper vor Charakter, aber normalerweise nicht. Ich würde auch nicht Nein sagen zu einem schönen Sixpack auf die andere Seite. Diese Männer haben auch wahnsinnig charmant. Leute, die Dinge tun, die nicht nur singularly talentiert sind, sie sind multi-talentiert. Wir haben einen Mann, der Saxophon spielt. Der Körper muss einfach Charakter haben. Ich finde jetzt nicht, dass ein Mann ein Sixpack haben muss. Das steht für mich gar nicht so an erster Stelle. Sondern er muss einfach interessant sein. Das Auge isst mit. Wir sind nun mal so. Wir gucken nicht erst mal das Herzchen an, sondern wir schauen, wie wirkt die Person auf mich. Sie sind alle wirklich, wirklich gute Leute. Ich denke, um eine gute und gute Erfahrung zu geben, muss man tatsächlich mit jemandem verbinden und nicht sie fühlen, ich weiß nicht, ob ich deine Energie mag, ich weiß nicht. Sie müssen alle ihre Mäste lieben. Ich sage das. Sie müssen alle sehr gute Beziehungen mit ihren Mästen haben. Und jetzt, ich weiß nicht, was du willst. Und jetzt, ich weiß nicht, was du willst. Hammer, Hammer, Tänzer. Unglaublich geile Show. Es war absoluter Hammer. Also die Frauen standen im Vordergrund. Und wurden alle mit Respekt und mit Liebe behandelt. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt verheiratet. Also es war mega. Wir gehen total high nach Hause und schneiden jetzt die Unterhosen unserer Männer zurecht. Also rechnet nicht damit, dass ihr irgendwie so eine cheesy Show bekommt, sondern ihr bekommt Classic Artistik mit tollen Tänzern, mit einer wahnsinnigen Show, die auf einem super hohen Niveau ist. Das war wirklich der Wahnsinn. Wirklich, wirklich. Also normalerweise, man hat ja immer so Beurteile bei solchen Shows. Ich komm wieder. Ich komm wieder. Ich komm wieder.